Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verbrennen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verbrennt. Verbrannte. Hat verbrannt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verbrenne. Du verbrennst. Er verbrennt. Wir verbrennen. Ihr verbrennt. Sie verbrennen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verbrannte. Du verbranntest. Er verbrannte. Wir verbrannten. Ihr verbranntet. Sie verbrannten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verbrannt. Du hast verbrannt. Er hat verbrannt. Wir haben verbrannt. Sie haben verbrannt. Sie haben verbrannt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verbrenne. Du verbrennest. Er verbrenne. Wir verbrennen. Wir verbrennen. Ihr verbrennet. Sie verbrennen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verbrennte. Du verbrenntest. Er verbrenntest. Wir verbrennen. Ihr verbrenntet. Sie verbrennten. Den Schluss macht der Imperativ. Verbrenne du. Verbrennen wir. Verbrennt ihr. Verbrennen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verbrennen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ich bitte schau. Dein und callingt es euch gefallen. allora sind dran. Vielen Dank.